Franck Ribéry ist seit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft auch in den Länderspielpausen Stammgast an der Säbener Straße. Der Dribbelkünstler ist erst kürzlich wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und gegen Borussia Dortmund am Wochenende bereits wieder eine Option für Coach Carlo Ancelotti. Doch die Kälte scheint dem Franzosen derzeit nicht so zu gefallen. Während Tom Starke und Holger Badstuber ohne Handschuhe unterwegs sind, trägt der Franzose aufgrund der niedrigen Temperaturen Handschuhe. So weit, so gut. Doch scheinbar sind diese zu dünn und reichen nicht aus. Kein Problem, dann gibt es eben ein zweites Paar Handschuhe oben drüber. Man muss sich nur zu helfen wissen. Franck Ribéry und der doppelte Handschuh.